Sarah Hannemann ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Hannemann wurde in Leipzig geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in Jock auf dem Alten Land in Niedersachsen. Nach ihrem Realschulabschluss auf einem Internat zog sie mit 16 Jahren nach Hamburg. Danach absolvierte sie ihre Schauspielausbildung an der Freien Schauspielschule Hamburg. Ihre erste große Rolle spielte Hannemann 2001 als Elfjährige in der Kinokomödie Hilfe Ich bin ein Junge an der Seite von Dominik Horwitz, Nina Petry und Pinkers Braun. 2002 wurde der Film erstmals bei der Berlinale vorgestellt und anschließend nach Amerika verkauft. Sie wirkte außerdem in der ZDF-Serie Die Rettungsflieger sowie In die Pfefferkörner mit. Später erlangte sie größere Bekanntheit durch ihre Darstellung der Emma Olsen in der ARD-Telenovela Rote Rosen von September 2007 bis Oktober 2008. Mehrere Kurzfilme und die Schauspielausbildung folgten. 2011 stand sie an der Seite von Ben Becker für das Dokudrama Münchhausen Die Geschichte einer Lüge als türkische Bernhardine von Münchhausen vor der Kamera und spielte 2012 schließlich im Dokudrama Mord im Hause Medizie. Die Dianora de Medizie Hannemann verkörperte von 2011 bis 2012 die Figur der Dina Assad im Theaterstück von 1001 Nacht. Von Juni bis September 2013 spielte sie als Anne-Marie eine der Hauptrollen bei den Störte-Bäcker-Festspielen auf Rügen. Seit Dezember 2013 verkörpert sie die Hauptrolle der Josefine Jojolke in der RTL-Soap Unter uns. Im März 2015 ist sie das letzte Mal bei Unter uns zu sehen. Sarah Hannemann wohnt in Grönwold bei Hamburg.